Hallihallo, willkommen zurück. Wir spielen GTA 5 Online zusammen mit Jack Boregard, Sean Xperia und Husky Love und natürlich meine Wenigkeit, Sanfing Coll. Wir haben schon wieder eine Mission rausgesucht. Genieße den Schmock 3. Kann das sein, dass du mich gerade vergessen hast? Husky Love? Ne, habe ich gesagt. Ich glaube, ich habe gesagt Husky Love. Hallo Mutti, ich bin im Fernsehen. Ja, sag mal alles schön, hallo. Hallo Mutti, ich bin im Fernsehen. Das sind aber jetzt nicht die Flieger, die man nehmen müssen, oder? Was ist ein Dodo? Oh, Xperia, der war so geübt, Mann. Gerade. Hallo Mutti, ich bin im Fernsehen. Das ist genial gewesen. Ja. Wir müssen also mit den komischen Teilen da fliegen, so wie es ausschaut, ne? Richtig, ja. Ach super, da freue ich mich aber. Hallo Mutti, ich bin im Fernsehen. Schöne Grüße an alle. Darf ich jemanden grüßen? Ja, ausnahmsweise. Ihr könnt mal die Zuschauer grüßen, das wäre mal richtig nett und höflich. Jack, du hast jede meine Farbe. Wieso habt ihr jetzt alle die Chats genommen? Na, weil es besser war von da. Na, wer nennt denn den Dodo bitte? Ja, deswegen, da hätte ich wenigstens eine Chance gehabt. Jetzt habe ich den Punkt verpasst. Ich auch. Fressen-Besen, hey. Schöne Grüße. Ich drücke gleich, was ich jetzt habe, das Dreieck. Dann fange ich von vorne nochmal an. Hallo Mutti, ich bin im Fernsehen. Oh, oh nein. Oh je, doch, bergum und bergab immer. Ach komm, du bist eh schon wieder meilenweit voraus. Boah, was war denn das? Wer ist mir da entgegengekommen? Ich musste nochmal zurück. Oh, das wird aber hart. Hier. Unter der Brücke durch. Zack. Hilfe, Hilfe, über die Brücke durch. Boah, Jack, bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? Ich habe heute nicht... Jetzt bin ich ins Haus geflogen. Ich bin gelandet. Quasi. Mehr oder weniger. Gab nicht mal Punkte zu unter die Brücke durch. Alter Schwede. Boah, die Lappen sind aber scheiße. Alter. Schönes Ding. Oh, der Kran. Oh, die Strecke ist nicht gut. Das ist ja auch besser wie die Windräder, oder? Ja, heute kann man ja fast die Windräder. Nein, gerade bin ich. Perfekt. Sieht aber auch so geil aus mit dem Sonnenuntergang. Ja, und wo ist jetzt der nächste Punkt? Oh, Holbeck. Du wolltest mich abdrängeln, hör auf damit. Sie haben jetzt immer noch umgezogen. Ich werde nicht eingeflogen. Hab ich schon die meisten Tore jetzt. in dieses wiederverpassten Machen. Jetzt bin ich dritte. Oh nein. Irgendwie nicht mental in den Arm und sich entstanden. Jetzt werde ich noch viel derweil jetzt. Warte, warte, nicht, nicht verpassen, nicht verpassen. Kommt mich das an. Nach jedem Kreis sich Flieger stürzt sich ab. Ich wusste es, dass der Jack dummt. Warum hab ich nicht? Ja, du, anders komme ich ja nicht anziehen. Gehst du das? Oh, 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 oh. Ja, das war ein bisschen hart, aber. Du hast jetzt aber auch gespielt, selber. Wof, dabei. Ah, scheiße, verpasst, 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 verpasst. Nein. Also ich gebe jetzt, ich gebe jetzt hier vorne noch Kinyas. Also ich flieche mit normaler Geschwindigkeit. Ich auch. Hab ich gerade festgestellt, dass es besser geht. Trotzdem zerlege ich die ganze Stadt gerade. Zwei Runden auf die Linie. Ich flieche, ich flieche jetzt, ich habe einen Weltrekord aufgestellt, das ist doch, wie er scheiße, dass hier viel weiter geht. Es kommt gerade die Meldung. Da kommt einer hinter mir, wer ist denn das? Ich bin es nicht. Ich bin ziemlich weit hinten, so oft wie ich sterbe. Oh, ich kriege den Kreis, ich kriege den, 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 ich kriege den. Och Mann, ich habe den noch gekriegt, hey, was soll denn das? So, die ersten zwei Kreise sind ja noch cool, ne? Und einigermaßen okay, aber. Ichse, ichse hört auf. Oh nein, 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 nein. Stoß, klug hier runter. Ah, scheiße, nicht geschafft. Verpasst. Wenn durch den Hafen, das wird eng wieder unter der Brücke. Wo ist er hier schon? Ich bin gerade bei den Hochhäusern. Unter der Brücke. Nein, ichse! Du hast es mir in meinen Flugwagen geflogen. Ich hätte nicht rennen geflogen, das wäre dann okay, das scheiße schon wieder. Oh, hat es mich auch hier mit heißen Tänk. Und jetzt? Wo sind die Kreise, da unten? Schluss von runter. Ichse, abfauen, abfauen, okay. Oh, hilfe. Oh, hilfe. Ist jetzt hier das spannend hier? Ja, mir auch. Ah, du Schwein. Du hast mich 2-0. Aber ich bin auch tot. Oh, lauer. Und du bist vor mir gestartet? Ja, weil ich zuerst vor dir an bin. Oh, hilfe. Nein, nein, nein. Warum zieht er nicht mehr nach oben? Alter, unter der Kräne durch. Ist das hart. Ist das hart. Uh. Was soll ich sagen? Ich glaube, ich schaff's nicht mal ins Ziel, hey. Fällt mir sehr gut die Strecke. Wiederholung, revanche. Bleiblos nicht. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich blamiere mich gerade wieder bis auf die Knochen. Ich komme mit diesem Flieger auch nicht klar, da. Hier echt. Wieso holt die mich immer alle, Minz? Ja, ich bin jetzt bestimmt schon 10 Mal abgestürzt, Minimum. 10 Mal. Oh, fuck, ey. Schön. Hast du dich noch gut gemacht? Ja, ich sehe mich. Ich sehe aber auch nicht mehr die... Wo sind denn die jetzt wieder? Die Strom anbinden und unbogen. Wenn du jetzt am Hafen bist, dann hast du die jetzt geschafft. Nee, ich bin nur nicht am Hafen, ich bin grad im Berg drin, stecke ich grad. Fast. Ich finde... Ich finde den Kreis nimmer. Wir haben halt drei gedrückt. Ja, dann fange ich wieder von vorne an. Bevor, dass ich da jetzt durch bin, bei dem Kran. Ja, ich bin bis vor. Gestern war es genau so. Da ist jetzt was. Ja, das ist schon mal gut. Aber du hast ja noch nicht mal... Du bist ja noch nicht mal am Hafen. Klar, klar war ich schon im Hafen. Ach so? Sieht jetzt ein bisschen komisch aus bei dir. Ja, aber mir sieht es total komisch aus. Ich fliege auch total besorgen. Mir, mir... Ja. Sauber! Seid ihr schon alle im Ziel, ja? Amüsiert ihr euch schon köstlich? Über meine Flugkünste? Ja. Ja. Wir gucken hier quasi über der Fliegel. Ja, dann seht ihr mal wie gut aus ich bin. Nicht mal ins Ziel geschafft. Aber das wusste ich von vornherein. Die Fliegerei ist nichts für mich. Eigentlich ist gar nichts für mich. Auto fahren nicht. Motorrad fahren nicht. Fliegen nicht. Ich möchte lieber Missionen. Missionen liegen mir mehr. Ding. Ach, aber man muss alles spielen. Das macht viel Ars. Jetzt wollen wir gucken, dass ich noch eingestreut bin. So. Scheiß Fliegerei da. Ne, Auto rennen. Auch scheiße. Motorrad fahren? Scheiße. Rad fahren? Scheiße. Ach, Radfahren ist aber geil. Da fault dir ja den Daumen ab. Da kann der Drücke herpumpen. Das hack mal da oben. Was? Das könnten wir vielleicht machen. Hacken. Hacken. Ich dachte, das machst du nicht gerne. Nö, könnt ihr eh machen. Ich fühl mir das nicht. Du kassierst die Kohle dann? Genau. Okay, gut. Mach ich genauso. Gute Idee. Und die RP auch. Fliegerei. Du kriegst so wenig immer. Ich krieg ja gar nix immer. Weil ich immer verliere. Oder letzter wäre. Oder erst gar ins Ziel kommt. Ja, aber ich brauche... Die Flugschule ist schon abgeschlossen. Ich brauche RP. Verstehst du das? Ne, habe ich noch nicht abgeschlossen. Ja, Alter. Was willst du denn nachher mit den RP? Ist doch real. Ich will das Snipergewehr haben. Und den Raketenwerfer. Alles andere ist mir dann egal. Dann ist mir das egal. Aber den Rang 100 will ich haben. Und ich brauche da die RP dazu. Weil ich möchte den Raketenwerfer haben. Oder die Panzerfaust. Und das eine Snipergewehr noch. Und die Gatling. Ja, die ab 120 gibts die doch erst. Wer, wer? Ne, 100. Oder? Die Gatling gibts ab 120. Also gut, dann verzichte ich auf die Gatling. Das ist immer zu viel. Dann 120. Und das erreicht sie so oder so. Und jetzt... Aber 100 wer... Du spielst? Ja, ne. Aber das ist eh... Das ist eh eine Noobwaffe. Ja, ich bin ein Noob. Von daher passt es schon. Dies ärgerlich. Waffe. Das ist genau die richtige Waffe. Für mich. Oh, er kennt eine Not-Einstein. Wir sind da sogar hier. Das... Das... Das hätte man gar nicht fahren brauchen hier. Das ist so... Ja, stimmt. Das ist lächerlich, oder? So, das war das voll weiter Weg jetzt. Da wäre die Ecke? Ne. Aber hier kommt... Nimm gleich ordentlich was an, denke ich mal. So, wer hackt? Du, oder? Mach ich mal. Ich kann... Also ich kann es nicht. Dann schanzeln wir uns hier gleich mal irgendwo, ne? Ja. Wo sind wir Terminal? Da kommen die bestimmt mit ihrer Karre da rein oder so. Ja. Wo sind wir Terminal? Da wo ein grüner Punkt ist. Ach, warte mal. Dann kann ich... Lass uns mal hier so ein Auto quer stellen schon mal. Als Deckung. Da wäre natürlich... Ja, stimmt. Mach ich meins auch. Ah, machs... Geht meins. Na ja, gut. Wieso kannst du mit meinem Auto fahren? Ey, Mann. Ne, sollte nicht. Ah, Freundin Crew habe ich eingestellt. Stimmt. Du sollst quer stellen. Du sollst nicht schrotten. Noch eins, oder? Ich glaube, wir müssen hier noch weg fahren. Durch... Durchfahren wie ein Fluchtauto brauchen wir auch noch. Okay. Ach hier! Der Truck ist zu langsam, oder? Ja, als Fluchtauto schon. Also wenn er... Wenn er sagt, ihr seid bereit, oder was? Oder fährt der noch mit meinem Auto? Dein Auto? Was ist das ein Audi, oder? Oh, scheiße. Ich fahr den noch ein Stückchen weiter zurück. Soll ich meinen stillen? Egal. Ja, wäre schön, wenn vielleicht ein Auto noch schräg bei mir steht, dass ich hier noch nicht weg bin. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Ich bring dir gerade eins vorbei. Ne, ich nehme das Fluchtauto. Keinen Jack decken. Ne, das Fluchtauto brauchen wir ja. Wenn das zerschossen wird. Richtig. Dann können wir hier hinten auch raus eigentlich. Das ist aber bloß ein Zwei-Sitzer, also ein Check. Lass ich meinen hier, oder was? Ja. Ne, hier kommen wir nicht raus. Okay, dann stehe ich nur weiter vorne hin. Meine wäre vier Sitze. Scheiße, wir hätten hier auch alle über die Mauer springen können und dann ins Fluchtauto steigen können. Na ja, ist egal. Wir hätten das vorne richtig dicht machen können. Ja, stimmt. Okay. Na dann mach mal. Start mal los. Ja. Ich hab da mal ne Idee, vielleicht. Paar Haftminen, oder? Drei Sterne haben wir gleich. Die Bullen. Achtung, vorne liegen Haftminen, ne? Oh. Ein Hubi kommt auch schon. Achtung Hubi, Raketenwerfer. Oh, der schießt schon auf uns. Alter, ich kriege auch nen Krebs. Richtig Sinn? Ich weiß schon, warum ich nicht hacken. Warum ich das nicht mache. Na komm schon, ihr netten Polizisten. Kann ich nur noch umschlundern denn hier. Ne, da sein. Kombination. Boah. Was mit den Haftminen. Da ist nur ein Heli da oben. Ja, die sind doch zu weit weg. Ich seh gar keine Polizisten jetzt. Hier über uns, genau. Oh, die Zaunwecke ist sprengt. Wo sind denn die Polizisten? Schön. Abgemäht. Komm mit deinem Heli. Guck mal ich mich. Ich bin fertig. Okay. Autos stehen hier. Ja. Stehen die Fahrzeuge. Welche Fahrzeuge? Ah, das sind die Fahrzeuge. Okay. Hol zwei. Ne, wir bleiben hier. Wir müssen noch bissl decken. Alle beide. Stimmt. Inna sollte mitfahren hier. Ne, wir fahren alle mit. Wir fahren alle mit. Wir fahren alle mit. Aber du. Na, warte das mit dem zweiten Fahrzeug. Wir stehen die Fahrzeuge. Ja. Ich hab eins. Wo soll man hin? Schüttel die Cops ab. Boah. Erstmal. Ne, nicht da lang. Nicht da. Falsch. Komm ich nicht raus, Jack. Raus. Ja, fahr so, fahr so. Schnell weg. Platz hier, Platz hier, Platz hier. Der scheiß Heli nervt mich ein bisschen. Das ist unser Platz. Das ist unser Platz. Das ist unser Platz. Das ist unser Platz. Am besten irgendwo in die Pampa. Ja, mach ich auch immer. Ich fahr meistens in die Pampa. Aber jetzt hat mich der Heli in die Kante. Ja, bei drei Stellen würdet nicht. Hab ich schon öfters gemacht. Mit der Pampa auch? Ja. Der frasig über den Berg. Und dann ist er irgendwann weg. Dann der Heli. Ich werd mal hier die Bullen bisschen beschäftigen. Ah, scheiße. Das hab ich die falsche Pampa gewählt. Na, ich komm noch weg. Ich werd mal hier die Bullen bisschen beschäftigen. Das ist kein Fahrzeugkinderhund mehr. Ja, ich halt die hier alle ab. Irgendwo Deckung suchen. Also bei mir blinkt's jetzt schön. Oh, haut ab hier ihr scheiß Fahrzeuge. Wo uns kommt was. Links drin. Park aus, park aus, park aus, park aus, park aus. Fahr, 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 fahr! Könnt ihr nicht den Lester anrufen? Oh nein. 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 Mann, ey. So ne lange Mist-Krimicke hier, ey. Das kann nicht wahr sein. Komisch. Oh, wo findet den Lester an? Geht das? Na klar. Ich weiß nicht, ob das bei drei Stellen auch noch geht. Na klar. Wenn sie anfangen zu blinken, geht's. Ich probier's mal bei mir. Kostet 600, glaub ich. Warte, Check. Ich probier's auch mit dem Lester. Ah, das bringt's wieder. Mist. Oh, jetzt haben sie mich erwischt. Hey, es ist Lester. I don't listen. Mist. Geht nicht. Er ist gerade anrufbar da. Aber meine Sterne sind weg. Ich hab's geschafft. Ja, funktioniert nicht. Ja, hätte ich das sagen können. Nee. Manchmal funktioniert's aber, ne? Na gut, es wär auch einfach. Eigentlich zu einfach. Ja, ist doch. Wenn man's die Möglichkeit hat. Warum nicht? Muss ich irgendjemand abholen, vielleicht? Oder so? Nee, ich glaub, wir haben's auch gleich. Kommt der Hubschrauber da um mich leider? Hau ab. Hau ab, Hubschrauber, hau ab. Hau los ab. Hau los ab. Wenn die mich jetzt wieder sehen, kann das sein, dass man da wieder die Sterne kriegt? Ja. Oh. Oh, oh, der Hubschrauber. Yes! Okay. Willst du jetzt auch passen, dass die Hubschrauber hier weg ist? Ich kann ja abschießen. Ja, schieß mal ab. Gibt's gleich wieder drei Sterne. Ich könnte jetzt auch in meine Garage fahren. Vielleicht ist das was. Vielleicht taugt das was. Aber so wie das beschädigt ist, brauchen wir es nicht mehr. Ach, die Bullen werden sich sehen. Hier steht gleich ein Bullenauto. Wenn du immer weg bist, wirst du weg. Guck mal hier, wir fahren an der Bullen vorbei. Das interessiert die nicht. Ah, ich seh euch jetzt gerade da. Na, in der Mission, wo man die Corvette schauen muss? Oh, wieso? Ey, ich hab immer so ein Pech. Ich hoffe, ich bring das Auto einigermaßen fahrtüchtig noch da an. Die erste? Nee, rechts. Äh, die... Nee, warte mal. Ja, ist egal. Ey, der fummelt hier an meinen Radiosender rum. Nimm den Pferd weg. Ach so. Ich bin das. Wer fährt, der bestimmt die Musik. Kann aber nicht wahr sein hier. Nee, der darf ja nichts bestimmen, weil wer fährt, der muss sich auch auf den Verkehr konzentrieren. Ich kann Musik hören hier. Der Beifahrer macht das mit der Musik. Richtig. Richtig. So läuft das immer. Kommt aber nur scheiß gerade. Wir hatten hier einen Film neben dem Haus. Ich nicht. nicht. Als ich euch Bullen vom Arsch gehalten habe. Aha. Kann man wieder falsch gefahren. Ich bin jetzt hier. Cool. Sauber. Wer die Fahrzeuge zum Lagerhaus zu bringen? Hä? Ach so, okay. Ich habe es geschafft. Der Mann hat geschafft. Das ist genau wieder der richtige Punkt und tschüss, bye bye, tschüss, sagen winke, winke. Ja, wir haben die Mission geschafft, wir sagen tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal. Hier war einmal Sean Xperia, äh, sch, 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 Borregard. Hallo Mutti. Husky Love. Ja, es winkt doch schön die Mama, genau. Ja, war's gut Mutti. Bis zum nächsten Mal. Tschaui. Tschau.